Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Ich hoffe es geht euch allen gut. Hier nochmal ein kleiner Hinweis. Ich bin ausgewichen teilweise auf Rumble. Mein Username auf Rumble ist Gast 1985. 1985 ist das Jahr, in dem ich der Fremdenlegion beigetreten bin. Und ich habe heute nach Ansage auf meinem Rumble Account über die israelische Geichelbefreiung gesprochen. Schaut mal vorbei, schaut es euch mal an. Ich poste den Link zu dem Video direkt hier unten in die Beschreibung des Videos. Ansonsten wünsche ich euch allen ein atomwaffenfreies Wochenende. Ich wünsche euch Gesundheit und ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Mein Name ist Thomas Gast. Mein Motto ist Krieg ist scheiße. Ich melde mich ab, bin dann mal weg. Amici, legionär. Euer Thomas Gast. Danke, Servus und Tschüss. Ich bin ausgewichen.